Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptorio, meiner Factorio-Serie. Und wir sind hier immer noch auf dem Kupferplaneten, wo wir hoffentlich unsere Vorräte hier auf dieser Seite, aber dann auch unten im Keller, da haben wir ein ganz großes Re an Kissen. Das sieht schon ziemlich voll aus und das heißt wahrscheinlich, sobald das voll ist, wird auch dieses hier oben ziemlich rasch volllaufen. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir weiterziehen. Wir haben letztes Mal auch jede Menge Öl auf die Seite geschafft, auf einem Ölplanet. Und was wir jetzt noch wahrscheinlich machen werden als nächstes, ist etwas Uran, oder Uran-Erz, besser gesagt. Wir können hier haben wir Geschwindigkeitsmodule drin. Ich denke, die könnten wir eigentlich mit ein paar von denen austauschen. Wenn wir die drei Geschwindigkeitsmodule drin hätten, hätten wir 200 Herstelltempo. Wenn wir aber die reinmachen, haben wir nur 170, dafür haben wir auch noch 20% Produktivität. Sprich, wir bekommen mehr raus aus dem Uran-Erz, was hier auch nützlich sein kann. Denn dann verbrauchen wir nicht gar so viel Erz. So, die haben gerade gereicht, den Rest lege ich zurück. Und auch hier habe ich die kann ich hier oben packen. Und den Rest mache ich hier, denn die sind recht teuer. Da brauchen wir für ein Modul, brauchen wir je 50 von den Dreier-Modulen. Und bis wir 50 gebaut haben, das dauert so ein Zeitchen und kostet etwas an Ressourcen. Und denn, wir warten ab, bis hier unsere Kohle voll läuft und auch diese Kiste voll ist. Und dann werden wir weiterziehen. Hier oben sind wir voll und hier unten sieht es auch gut aus. Das heißt, wir können hier mal das Kohleförderer einpacken, das Band leerlaufen lassen. Und dann versuchen, auf einen Uran-Planet zu kommen. Wir scheinen hier doch etwas mehr Kohle zu produzieren, als wir effektiv benötigen. Das ist immer der Nachteil, wenn man mit den Robotern etwas abbaut, was im Bereich der Roboterhangare ist. Aber, wir können hier das Band auf die Seite legen. Und wir haben ja dann nur die beiden Außenposten. Die werden automatisch eingesammelt und mit den Tools hier können wir die einfach wieder in unsere Tasche holen. Auf dem nächsten Planeten, wo wir hoffen, dass dieser ein Uran-Planet sein wird. So, dass wir auch hier unsere Uran-Vorräte oder Vorräte an Uran-Erz aufbauen können. Wir haben bald schon zwei Kisten leer von fünf für das dunkelblaue, äh, dunkelblaue, dunkelgrüne Uran. Ja, so, das mit den Farben, das ist schwierig. Schwierig, aber wir werden sehen, in einer Minute, hoffentlich auf dem richtigen Planeten. Endlich auf dem Uran-Planet. Es hat ein paar Versuche gebraucht. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viele es letztendlich waren. Ähm, aber, wir sind angekommen, dann wollen wir hier mal unsere Haarwässer platzieren. Schauen, dass wir auch irgendwo Kohle herbekommen. Und dann unsere Uran-Reserve. Outro 3 4 4 5 4 6 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und hier haben wir unser erstes Uranfeld. Liegt ein bisschen am Wasser. Aber das lässt sich gehen. Und hier haben wir etwas Landfill. Und dann... Mal etwas Platz. Eine dritte Reihe. Und eine vierte Reihe. Das Ganze... Führen wir dann zusammen. Alles in diese Richtung geführt. Und dann machen wir die Verbindung auf der anderen Seite. Ja, egal. Ja, egal. Dann machen wir hier. Zack, zack, zack. Wo müssen wir da raus? Ja. 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 Was ist das? Wenn wir das umkehren, kommt auch Uranerz raus. So, Kohle sehe ich nicht hier in der Nähe, aber wahrscheinlich müssen wir hier etwas noch nach oben, um da auch etwas aufzuräumen, bis wir genügend Raum eingelagert haben. Und dann könnte es, zumindest theoretisch, wieder zurück auf die Heimat gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir entweder nochmals Öl brauchen oder Kohle. Oder allenfalls gar beides, denn das sind ja zwei von den drei Ressourcen, die wir nicht über den Harwester reinziehen. Drum kann es sein, dass die uns recht schnell ausgehen. Insbesondere, da ich hier keine Kohle in der Nähe sehe. Und Öl holen wir typischerweise über unseren Außenposten. Und ja, dieses Lager füllt sich auf. Und sobald das voll ist, dann können wir entscheiden, wo wir weitergehen. Uranerz ist nun voll gelaufen. Und mit dem kleinen bisschen Kohle, das ich hier abgegrast habe, ist auch Kohle voll. Das heißt, wir werden nochmals auf einen Ölplaneten gehen. Aber zuerst bauen wir hier mal alles ab. Die nehme ich vielleicht von Hand mit. Denn da werden die Roboter sonst lang beschäftigt sein. Und dann werden sie auch alle Erze vom Windbentrum entfernen müssen. Und dann. Alles, was wir sonst noch einpacken müssen ist hier die Kohle. Und dann können wir weiterziehen, hoffentlich zurück auf einen Ölplaneten. Und wir sind auf einem Ölplaneten gelandet. Natürlich auch dieses Mal nicht nach dem ersten Versuch. Wir werden hier erstmal alles wieder aufbauen. Ach, das ist zu klein. Das rentiert sich nicht. Das Kupferfeld gibt auch nicht viel her. Hier, das sieht schon besser aus. Dann müssen wir das nur noch zusammenflicken. Einmal diesen hier. Haben wir noch welche Pumpen? Oh, ja. Okay, das gibt uns das Öl. Und wenn wir dann sogar noch die hier reinpacken. Dann geht es etwas schneller. Und dann müssen wir nur noch warten, bis unser Öl voll gelaufen ist. Vielleicht finden wir dann ja auch noch ein anständiges Kupferfeld, welches wir anschließen können. Nicht so die Mikrofelder, die wir da sehen. Jetzt, wo auch Öl wieder einigermaßen voll gelaufen ist, wird es an der Zeit, auf den Heimweg zu gehen. Sprich, auf unsere Heimatwelt. Dafür packen wir hier zusammen. Und dann sind es nur noch die zwei H-Rester. Und dann gehen wir auf unsere Heimatwelt, was hoffentlich auf Anhieb klappt. Und es sieht so aus, als wären wir am richtigen Ort gelandet. Und damit sind wir auch am Ende dieser Episode. Wir werden nächstes Mal hier noch ein paar Erweiterungen anbringen. Nun, da wir gut mit Ressourcen eingedeckt sind. Also, bis zum nächsten Mal und Tschüss.